Oh mein Gott! Ja! Du musst als Killer halt immer hoffen, dass die nicht so ein gutes Teamwork machen. Also, wenn die richtig geiles Teamwork machen, dann ist es schon echt extrem schwer als Killer, ja. Ich hab da für mich auch immer gelernt. Ich darf nicht so, oh mein Gott, ich darf jetzt die nicht irgendwie, äh, mir darf jetzt keiner entkommen oder sowas. Das darfst du nicht denken, du musst Bock haben. Du musst sagen, ich will euch jetzt alles auslöschen und einfach hingehen. Mann, ey. Ja! Endlich! Warum hat es so lange gedauert? Endlich. Hahaha. Los geht's! Zwei sind schon weg. Haha. Ach, hallo Kleiner. Dragon Ball. Jetzt oder das stirbt. Oh, stirbt. Wenn mir kein Dragon Ball gibt, dann ist das so. Der wird damit bestraft. Mit dem Tod. Und wenn du mir einen gibst, dann bist du erlöst. Ist doch schön, oder? Mal gucken, da oben ist ne Stadt. Ob hier Einheimische sind. Namekianer? Ja! Ja! Ich hab ein Weinen gehört. Och, wer weint denn da? Ja! Hallo. Dragon Ball. Oh, endlich. Ach, hallo. Hast du ein Dragon Ball? Nein? Du magst es? Um mich so zu verärgern? Oh. Wer ist denn hier? Hallo! Hahaha. Für dich hab ich eine kleine Überraschung, mein Freund. Ja! Was? Attacke, los! Hä? Wo ist der hingegangen? Hat der gescheatet, oder was? Hallo! Na? Was? Du wagst es? Jetzt reicht's. Du willst es wirklich ernsthaft machen? Du willst kämpfen? Och, und jetzt denkst du, du kannst dich verpieseln, oder was? Haha. Jetzt reicht's, Alter, langsam. Wirklich, jetzt. Ja! Ich würd euch alle zermetzen. Hm, womit fang ich denn jetzt an? Hm. Wie wär's denn damals? Ja! Lauf, kleines Schwein! Lauf! Lauf! Oh. Ups! Mensch, so viel Energie wollte ich da gar nicht reinstecken. Ja! Hallo! Na, was versteckst du dich denn so süß? Ja! Du kleiner Bichser! Du kleiner Penner! Ja! Ja! Genau! Du kleiner Huzo. Ja! Oh, hat's dich erwischt? Du hast es gewagt, mich zu attackieren, du Mist-Sau? Ja! Jetzt werd ich richtig sauer. Aber so richtig sauer. Jetzt reicht's. Versteht ihr? Versteht ihr mich? Dass es jetzt langsam reicht? Ach, guck mal, wer ist denn da? Willst du zu B? Zu deinem Raumschiff? Denkst du, ich hab das nicht gesehen? Das riesige Raumschiff? Ihr werdet hier niemals entkommen! Einer ist entkommen. Oh! Aber wen haben wir denn hier? Na? Denkst du, ich seh dich nicht? Du wirst bewacht. Schluss jetzt mit den Spielchen. Ja! Ja, 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 ja! Tadadadadada! Ja! Ha, 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 ha! Ja! Hast du etwa wirklich gedacht? Ja! Wo ist der hin? Du hast ihn gerettet? Ernsthaft? Tu Dreck, Sau! Was denkst du denn, was du jetzt noch machen kannst? Du bist tot! Das ist eine Beleidigung, dass du gedacht hast, du kannst einfach so abhauen! Das war's! Und jetzt... ...ist der Planet dran! Ha, 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 ha! Ja! Ob einer entkommen ist, ist mir egal. Der Planet ist Geschichte! Zack! Und Stufe 7! Hör mal! Und 8! Okay! So, aber beim nächsten Mal nehm ich Marcel! Ja, und das ist halt das Geile, wenn wir auch mit Freezer die Dragon Balls dann sammeln. Man kann ja auch so ein Drachenradar einsammeln, wenn man einen findet. Auch als Freezer. Und dann kann man alle 7 Dragon Balls, wenn man die denn gefunden hat, und zu diesem Ort geht, zu diesem Tisch, wo man den, äh, den Shenlong rufen kann, dann kann man sich auch wünschen, unsterblich zu werden, mit Freezer. Dann ist man halt wirklich unsterblich. Ja! Ey, und guck mal, seht ihr das? Und wieder typisch bei mir, Level 57, Level 53, Level 70, Level 57, Level 56. Das ist wieder so typisch. Und ich bin mit dem Killer Stufe 2. Ey. Das ist so typisch. Da geben die mir jetzt wieder die höchsten Level-Leute. Das kann nicht wahr sein. Let's go! So. Ich bin eine Lariffe. Oder irgendwie sowas. Ich brauche Futter. Ich brauche Menschen. Scheiße, Mann, ich brauche den nur, nur einen noch. Hallo. Hallo. Ja. Seht ihr? So, gar nichts. Sehr, sehr gut. Okay, dann verstören wir mal. In der schönen Stadt könnt ihr euch nicht mehr verstecken. Kamehame! Ha! Was haben wir denn hier? Da war es so das zählt. Ja! Oh, die sind jetzt ja. Wo ist das hin? Guck mal, ist schneller als ich. Voll unrealistisch. Das war's. Komm her, du bist wie ein kleiner Trunks. Bist du etwa ein kleiner Trunks? Du erinnerst mich an Trunks. Wer läuft denn da? Ich hab mal jemanden gehört. Boah, was? Du Mistratte. Du entkommst mir nicht, alter. Er mit seinen scheiß Kaioken. Na, willst du schnell flüchten, ja? Schade, dass ich die Kapsel nicht zerstören konnte. Ach, süß, hab ich gar nicht gemerkt. Ja! Oh, die kleine Drecksau, alter. Ich hab Kaioken gemacht, du Hund. Ja! Du kleine Drecksau, alter. Du kleine Drecksau. Was denkst du, wer du bist, dass du dich mich so gegenüberstellst? Da werd ich einfach absolut sauer. Und hab endlich genug Power. Fuck! Oh! Wie eine scheiß Zeitmaschine. Oh nein, die haben genug Power. Fuck! Die stellen sich jetzt mir gegenüber. Die stellen sich jetzt mir gegenüber. Was soll das denn? Was soll das denn? Ja, siehste. Ah, du Mistratte. Ah, du Mistratte. Wie, alter. Ja, sie schaffen's, sie schaffen's. Wie, alter. Wie, alter. Tor. Ich bin, vor allem, ich bin gerade runter. Aber da seht ihr's. So im richtigen Moment, wenn im richtigen Moment alle gerade am Start sind, kannst du auch gewinnen gegen Cell. oder Freezer oder Boom. Das waren gerade drei Leute mit Stufe 3, woher sie's auch immer haben. Und haben dadurch gewonnen, ne? So ne Rotze. So ne Kacke. Da haben die Glück, dass sie dann noch eins haben, weil sie haben ja eigentlich so gut wie verkackt. Das war nur der eine, der war so hartnäckig, ja? Du musst nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist, ne? Und einen hab ich dann auch noch da ausgenockt, ja? Der ist dann runtergefallen. Aber der eine, der ging mir ja so auf den Sack und ist immer wieder auf mich zugekommen. Da hast du schon manchmal das Gefühl, alter, wie lange haben die denn ihre, ihre fucking Fähigkeit? Das muss doch irgendwann mal auslaufen.